Ihnen ist wahrscheinlich aufgefallen, dass Rekursionen genau wie Schleifen Wiederholungen im Programmcode ausdrücken. Im Vergleich zu Schleifen sind Rekursionen von ihrer Denkweise ein wenig gewöhnungsbedürftig. Sie haben aber beim Sierpinski-Dreieck gesehen, dass die Rekursion sehr praktisch sein kann. Da sowohl Rekursionen als auch Schleifen beide Wiederholungen ausdrücken, stellt sich die Frage, wann man was verwenden soll. Grundsätzlich gilt, jede iterative Lösung, also eine Lösung mit Schleifen, kann auch rekursiv gelöst werden. Umgekehrt kann auch jede rekursive Lösung in eine iterative Variante umgeschrieben werden. Sehen wir uns das anhand eines mathematischen Beispiels an. Wir wollen nun die Faktorielle einer natürlichen Zahl berechnen. Die Faktorielle ist definiert durch das Produkt aller natürlichen Zahlen von 1 bis zur Zahl, die vor dem Fakultätszeichen steht. Also in dem Fall 5. Das ist ein ideales Beispiel für Schleifen. Diese Multiplikation lässt sich allerdings auch ein wenig umformen und durch 5! ist gleich 5 mal 4! ausdrücken. Hier sehen Sie, dass dieses Problem nun rekursiv ausgedrückt ist. Denn um 5! ausrechnen zu können, müssen wir 4! ausrechnen. Doch 4! ergibt sich durch 4 mal 3! und so weiter, bis wir bei 0 gelandet sind. Hier ist die Faktorielle direkt als 1 definiert. Oder allgemeiner ausgedrückt, um die Faktorielle einer Zahl ausrechnen zu können, muss die Faktorielle seines Vorgängers berechnet werden. Im Programmcode können wir das in etwa so schreiben. Wir definieren eine Funktion, Factorial, diese liefert uns als Ergebnis einen Integer zurück und nimmt das Parameter auch einen Integer. Wir nennen ihn in dem Fall n. Hier sehen wir die iterative Lösung. Wir wollen nun in der Funktion n! ausrechnen. Legen wir dazu zuerst eine Variable result an. Unser result soll n! speichern und zurückliefern. Die Faktorielle wird iterativ mit einer Vorschleife berechnet, indem jede natürliche Zahl von 1 bis n zu result hinzumultipliziert wird. In der rekursiven Variante, die Sie jetzt sehen können, fangen wir zunächst die Abbruchbedingung ab. Nämlich hier. Wenn n gleich 0 ist, wird result der Wert 1 zugewiesen. Ansonsten wird die Funktion Factorial mit n-1 erneut aufgerufen und zu n hinzumultipliziert. Dies wird so lange wiederholt, bis eben n gleich 0 ist. Das Ergebnis am Ende der Rekursion muss dann noch zurückgeliefert werden. Rufen wir in der Setup-Funktion ein paar Mal die Funktion mit verschiedenen Werten auf, um zu überprüfen, ob das auch richtig ist. Wir haben hier zum Beispiel Factorial 3. Wenn wir jetzt auf Starten klicken, wird hier unten der Wert 6 zurückgeliefert. Bei Factorial 4 ist das Ergebnis, wenig überraschend, 24. Dasselbe funktioniert natürlich auch mit der iterativen Lösung, da wir ja vorher bereits gehört haben, dass jedes Problem, das iterativ zu lösen ist, auch mit einer Rekursion gelöst werden kann und vice versa. Für Wiederholungen können nun sowohl Rekursionen als auch Schleifen verwendet werden. Aber welche ist nun die bessere Methode? Nun ist es abhängig vom Problem. Rekursionen und Schleifen gehen beide mit unterschiedlichen Ansätzen an ein Problem heran. Während mit Schleifen eher die Problemlösung im Vordergrund steht, also wie löse ich das Problem, steht bei der Rekursion eher die Problemdefinition im Vordergrund, also wie beschreibe ich das Problem. Ein guter Hinweis, wenn ein Problem mit Rekursion leichter zu lösen ist, ist wenn ein rekursiv aufgerufener Programmabschnitt innerhalb einer Wiederholung mehr als einmal ausgeführt werden muss. Sehen wir uns das anhand eines grafischen Beispiels an. In diesem Beispiel sehen Sie viele Kreise gezeichnet. Ein möglicher Ansatz, dieses Beispiel mit Schleifen zu lösen, wäre eine verschachtelte Schleife zu verwenden. Die äußere Schleife ist verantwortlich für die verschiedenen Kreisgrößen und die innere für die Anzahl der Kreise der jeweiligen Größen. Wir beschreiben also, wie wir das Bild Schritt für Schritt erzeugen können. Aufgrund der Ungenauigkeit von Integer ist die iterative Version auch darauf angewiesen, dass die Halbierung der Größen jeweils eine ganze Zahl ergeben muss, da ansonsten die Kreise zu weit verschoben werden. Fängt die Kreisgröße zum Beispiel mit 500 an, sehen wir, dass das Muster zerstört. Beispielsweise so. Schauen wir uns das Ganze in der rekursiven Version an. Wenn man das Muster genauer betrachtet, dann erkennt man, dass jeder Kreis zwei kleinere Kreise als Nachbarn hat. Einen links oben und einen rechts unten. Diese zwei kleineren Kreise haben wiederum zwei kleine Kreise als Nachbarn und so weiter. Das ganze Muster besteht also im Grunde nur aus dieser Problemstellung für jeden Kreis. Eine rekursive Lösung könnte also so aussehen. Für jeden Kreis, den wir zeichnen, zeichnen wir zwei kleinere Kreise als Nachbarn, indem wir nochmal die Funktion aufrufen. Für diese zwei Kreise wird dieser Schritt wiederholt, bis die gewünschte Kreisgröße erreicht ist. Die Wiederholung findet also für den linken und für den rechten Nachbarn separat statt. An der rekursiven Lösung können wir auch erkennen, dass sie stabiler ist. Das heißt, das Muster wird beibehalten, unabhängig von der Kreisgröße. Verwenden wir hier die Kreisgröße 500, so verschiebt sich das Muster nicht. Ein anderer wichtiger Aspekt bei der Entscheidung zwischen Rekursionen und Schleifen ist die Frage der Effizienz. Die faktorielle ist iterativ auf jeden Fall effizienter und schneller als die rekursive Variante, da sie keine Umwege mit Funktionsaufrufen gibt. Das Sipinski-Dreieck hingegen ist rekursiv effizienter, da man sich etliche Variablen erspart, um Positionen und Größen zu speichern. Rekursionen sind gerade zu Beginn eine große Herausforderung. Wenn man mit diesem Thema noch nicht sehr vertraut ist, ist das größte Hindernis wohl die neue Denkweise, die man bei Rekursionen anwenden muss. Versuchen Sie daher jedes Beispiel zuerst in kleinere Teilprobleme aufzusplitten und durchzudenken, so wie wir es im Video bereits mit dem Kreisbeispiel gemacht haben. Von diesem Weg aus lässt sich dann die Rekursion einfacher aufbauen. Denn wir können von A nach B auch gehen, indem wir einen Schritt machen und dann den Rest des Weges gehen.